Ganz, ganz wichtig. Weil das ist im Grunde das ist das Morgen von unserem Business. Welche Möglichkeiten, welche Optionen gibt es? Wo möchte ich hin? Digitalisierung, nur um der Digitalisierung willen übrigens. Sondern sie müssen gucken, was passt für mein Geschäftsfeld und was kann ich da bestmöglich umsetzen. Und heute ist der Boomstrauß im Grunde aufgemacht worden. Und ich gucke heute, wo kann man welche Themen für uns adaptieren und wo können wir welche Schritte mit begleiten. Und vielleicht noch mal ganz neue Aspekte, die wir noch gar nicht auf der Fahne hatten, dass man da sagt, ja Mensch, ich guck da auch mal rein. Sehr wichtig, weil es mal eine Chance gibt, außerhalb des Arbeitsumfeldes in so einer gelösten Atmosphäre erstens alle Menschen zu sprechen, mit denen man sonst nur telefonisch Kontakt hat und auch diese Kontakte mal wieder über so einen anderen Weg ein bisschen wieder zu festigen. Die sind sehr wichtig, um weitere Ideen zu entwickeln, was wir brauchen, was wir nutzen müssen und wo wir uns verändern müssen und was wir in Zukunft auch angehen müssen. Wichtig vor allem, weil wir ja auf dem neuesten Stand bleiben wollen, gucken wollen, was die neueste Microsoft-Nemix-Nav-Version oder Business Central, wie es jetzt heißt, bieten kann und wo wir mit unserer Software halt weiter hingehen können. Ein zweiter wichtiger Aspekt war natürlich immer nochmal dieses Netzwerken. Man findet immer viele andere Firmen, die auch mit einer Vision arbeiten oder mit Central Business sogar schon arbeiten, wo man eben auf ähnliche Probleme stößt und dann vielleicht auch mal gemeinsam sich austauschen kann, Lösungsansätze entwickeln kann, immer zusammen mit der Cosmo Consult sich untereinander nochmal befruchten kann. Über die Branchen tatsächlich hinaus, nicht nur in seiner Branche gefangen ist, dass man dann auch mal links und rechts in andere Branchen schauen kann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Vielen Dank.